Norddeutscher Rundfunk 2021 Nimmst du mich heut am Abend mit dem Brauter? Kinder lassen's da nicht rein. Ich sag's der Muttermutter. Hast du schon einmal gedacht Modell zu stehen? Die hast du bestellt? Sie kommen doch zum Akt stehen. Das ist meine Schwester. Du zeichnest die nackt? Suchen's den Klimt? Soll ich vielleicht die Wahl hier einmal für dich setzen? Blick bitte auf mich richten. Gehen's die Unterhosen noch ein Stückchen hochziehen? Und hier Herr Egon Schiele, Kunstmaler. Wom geht's? Zur Vorladung. Aus Bezirksgericht. Das ist abscheulich. Das ist Pornografie. Ich bin Künstler. Ich hab die Verantwortung, die Freiheit der Kunst zu verteidigen. Jetzt ist wieder eine bei ihm. Wahrscheinlich zwei Huren. Ich würde ja auch gerne einmal bei Ihnen Modell stehen. Bleib so. Ich richte den Oberkörper noch ein bisschen auf. Arbeiten wir schon. Ich arbeite immer. Du schreibst auch meinen Namen aufs Bild. Nein, mein Name kommt drauf. Ich bin der Künstler. Du lässt dich von der um den Finger wickeln. Der Anton und ich wollen heiraten. Du musst warten, bis du 21 bist. Vor allem lass ich dich nicht heiraten. Du darfst alles und ich darf nichts. Es reicht, Gerti. Meine Großmutter hat immer gesagt, eine Frau soll sie für den Richtigen aufheben. Die hat mich für dich aufgekommen. Wenn ich sie frage, ob sie mich heiraten wollen, Frau Deine Edith, dann wird ihnen das keiner verbieten können. Dem Egon ist alles egal. Du hast doch versprochen, dass es aus ist mit ihr. Hör mir auf mit deiner ständigen Eifersuch. Du hast jetzt jemanden festhalten, der dich verlassen wird. Egon! Walli, ich brauch dich für das Bild.